Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute geht es um spektakuläre Fehlschläge. Viel Spaß! Ein Video, das ich schon seit Ewigkeiten machen möchte, ist eins ausschließlich über explodierende Raketen. Denn seien wir ehrlich, ein Hauptgrund, der Raketen so spannend macht, sind auch die eingesetzten großen Mengen an chemischer Energie. Die verleihen jedem Raketenstart ja das Potenzial für einen katastrophalen Fehlschlag. Hier sei vorab erwähnt, dass wir uns heute ausschließlich Raketenstarts ansehen, bei denen keine Menschen verletzt wurden. Schon gar keine Starts mit Crew an Bord. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich mache am Freitag um 19 Uhr mit Jakob von Breaking Lab einen Livestream auf Twitch. Den Link packe ich euch unter das Video. Wir unterhalten uns über Raumfahrt und Spin-Launch. Also kommt vorbei, wird bestimmt witzig. Raketen bauen ist schwer. Und so kam es gerade in den Anfängen der Raumfahrt zu unglaublich vielen Fehlschlägen. Bis 1962 gab es in Summe mehr fehlgeschlagene Orbitalraketenstarts als erfolgreich durchgeführte Starts. Und auch das haben Orbitalraketenstarts so an sich. Der Schaden geht dann immer direkt in die Millionen. Passenderweise wird das Video heute von Clark gesponsert. Wir schauen uns heute zehn der spektakulärsten Raketenstart-Fehlschläge aller Zeiten an. Und natürlich auch, was zu ihnen führte. Wie immer bei mir findest du zu den eckigen Klammern, die ich dir hier einblende, online zugängliche Quellen, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, genau, dann abonnier gerne meinen Kanal. Denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Episode von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ja, wo fängt man bei so einer Liste an? Ja, vielleicht am Anfang. Der erste Start ist der Amerikaner, der einen Satelliten in einen Orbit bringen sollte. Das war Vengard TV-3, 1957. Vengard war die eingesetzte Rakete und TV-3 hatte nichts mit Fernsehen zu tun, sondern war die Abkürzung für Testvehikel 3. Der Start erfolgte am 6. Dezember 1957. Die westliche Welt, die stand noch unter dem sogenannten Sputnik-Schock. Der Sowjetunion war es zu diesem Zeitpunkt schon gelungen, mit Sputnik 1 und Sputnik 2 jeweils Satelliten in einen Erdorbit zu befördern. Das war den Amerikanern zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelungen. Und so finde ich an diesem Start von Vengard TV-3 am interessantesten, dass er auch noch live im Fernsehen übertragen wurde. Anstatt einen großen Erfolg und die Überlegenheit des Kapitalismus im Kampf der Systeme zu feiern, gab es aber nur einen spektakulären Fehlschlag zu sehen. In die Schlagzeilen machten es dann spöttische Titel wie Kaputnik, Flopnik, Explodenik, Upsnik oder mein persönlicher Fabrit, Stayputnik. Was genau die Ursache des Fehlstaats war, konnte nie ganz geklärt werden. Es wurde aber ein Fehler in der Treibstoffzuleitung des Triebwerks vermutet. Eine Spitze konnten sich die Sowjets nicht verkneifen. Wenige Tage nach dem Vorfall erkundigte sich ein sowjetischer Delegierter bei den Vereinigten Nationen, also der UNO, ob die Vereinigten Staaten an einer Hilfe für unterentwickelte Länder interessiert seien. Eine spannende Zeit. Wenn du einen fiktiven Spionageroman, der die ersten Startversuche der Amerikaner als Thema hat, lesen magst, dann kann ich dir das zweite Gedächtnis von Ken Follett empfehlen. Verlinke ich dir unter dem Video. Auch aus den frühen Tagen der Raumfahrt kommt meine Nummer 9. Der Versuch, am 16. Juli 1959 einen Explorer-Satelliten zu starten. Wieder die Amerikaner. Auch dieser Start schlug dramatisch viel, als die UNO-2-Rakete fast unmittelbar nach dem Start die Kontrolle verlor, ein Rad schlug und dann krachend explodierte. Die noch fast vollgetankte Trägerrakete stürzte einige hundert Meter von der Startrampen entfernt ab. Und der Range-Sicherheitsoffizier gab dann den Befehl zur Selbstzerstörung. Die Ursache des Unglücks, die wurde schnell auf einen Kurzschluss zwischen zwei Dioden in einem Wechselrichter zurückgeführt. Spannend, dass die UNO-2 von der ABMA und der Gruppe von Wissenschaftlern um Werner von Braun entwickelt wurde. ABMA steht übrigens für Army Ballistic Missile Agency. Wir sind ja in Deutschland schnell dabei, von Braun anzudichten hätte das gesamte amerikanische Raketenprogramm im Alleingang zum Mond geführt. Was bewiesenermaßen völliger Blödsinn ist. Meine Nummer 8 ist der Start einer Atlas-Rakete 1965. Zur bewegten Geschichte der Atlas-Familie habe ich ein ganzes Video. Der Flug endete schnell in einer Katastrophe, als die Booster-Triebwerke der Atlas nach wenigen Metern Steigflug abschalten und die Rakete auf die Startrampe LC36A zurückfiel und explodierte. Hauptgrund für die gewaltige Explosion, zusätzlich zum Feuerball, muss aber wohl der Treibstoff der zweiten Stufe gewesen sein. Die Centaur-Oberstufe mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff sorgte für die extra Prise-Knallgasreaktion. Weiter verbrennt Wasserstoff mit Sauerstoff bei über 3000 Grad deutlich heißer als die in der ersten Stufe der Atlas eingesetzte Kombination aus Kerosin bzw. RP-1 und Sauerstoff. Die Schäden am Launch-Komplex 36A waren trotz der beeindruckenden Explosion offensichtlich nicht ganz so schwerwiegend, denn nur drei Monate nach dem Fehlschlag wurde das Pad wieder in Betrieb genommen. Der Start der Triebwerke war noch normal verlaufen und alle Boostersysteme funktionierten ordnungsgemäß. Durch das nicht vollständige Öffnen eines Ventils der Treibstoffzuleitung wurde die Verbrennung sauerstoffreich, was dann die Booster-Abschaltung nur 1,7 Sekunden nach dem Start nach sich zog. Nur knapp drei Sekunden nach dem Start schlug die Rakete dann auf die Rampe auf und explodierte. Bei Tests auf dem Briefstand wurde dann festgestellt, dass es mehrere Gründe haben könnte, warum sich ein Ventil nicht vollständig öffnet. Obwohl der genaue Grund nicht ermittelt werden konnte, wurde das Design überarbeitet und der Fehler trat nicht mehr auf. Diese Explosion auf einer Startrampe war die letzte in Cape Canaveral bis 2016, eine Falcon 9 samt Nutzlast kurz vor einem statischen Feuertest explodierte. Seit diesem großen Rückschlag für SpaceX, bei dem nicht nur Rakete und Nutzlast, sondern auch das Pad zerstört wurden, werden statische Feuertests von SpaceX immer ohne Nutzlast durchgeführt. Grund für die Explosion der Oberstufe war der fehlerhafte Leine eines kohlefaserumwickelten Drucktanks für Helium. Auf Englisch abgekürzt kurz COPV. Wenn wir bei SpaceX sind, kommen wir zu meiner Nummer 7. Zwar optisch vom Boden aus gar nicht mal so spektakulär, aber als einziger SpaceX-Fehlstart einer Falcon 9 darf natürlich CRS-7 nicht fehlen. Die Falcon 9 mit dem Cargo Dragon an Bord startete völlig normal bis 139 Sekunden nach dem Start weißer Dampf aus der zweiten Stufe der Rakete sichtbar wurde. Der Booster setzte seinen Flug fort, bis die Falcon 9 einige Sekunden später vollständig auseinanderbrach. Die Dragon CRS-7-Kapsel wurde aus der explodierenden Trägerrakete herausgeschleudert und übermittelte tatsächlich bis zum Aufprall auf dem Atlantik noch munter weiter Daten. Nach der Meinung von SpaceX-Mitarbeitern hätte die Kapsel intakt geborgen werden können, wenn sich die Fallschirme entfaltet hätten. Da die Software in der Kapsel aber die Entfaltung der Fallschirme in dieser Situation nicht vorsah, wurde die Kapsel beim Aufprall zerstört. Die anschließende Untersuchung führte den Unfall auf das Versagen einer Strebe zurück, die eine Hochdruck-Heliumflasche im flüssigen Sauerstofftank der zweiten Stufe sicherte. Ein Fehlstart, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist der Start einer Asta Rocket 3 am 28. August 2021. Meine Nummer 6. Vielleicht warst du ja sogar live dabei, wie mir die Gesichtszüge entgleist sind. Kurz zusammengefasst, nach über zwei Stunden Livestream ging der finale Countdown endlich los. Sprinkler starteten, die Zündung erfolgte und dann passierte das Unerwartete. Die Rakete kippte zur Seite, fiel aber nicht um, sondern gleitete nur etwa einen Meter über den Boden zur Seite. Das war's, dachte ich in dem Moment. Aber anstatt, dass die Rakete dann abschmiert oder gesprengt wird, fing sie ganz langsam an zu steigen. Unerwartet wie so ziemlich alles an dem Start flog die Rakete noch zweieinhalb Minuten munter weiter, bis sie in einer Höhe von 50 Kilometern die Triebwerke abschaltete und die Rakete zu trudeln begann. Zehn Sekunden nach der Triebwerksabschaltung wurde durchgesagt, dass das Signal für das Flugabbrauchsystem gesendet wurde. Die Rakete explodierte dann über dem Meer. Ursache für diesen unglaublichen Start war laut Astra ein kleines Treibstoffleck, das Betankungssystem, das zu einem Triebwerksausfall eines der fünf Delphin-Triebwerke führte. Witzigerweise sorgte das Wegfallen von einem Fünftel an Schub für gerade genug Schub, die Rakete in der Schwebe zu halten. Das seitliche Ausweichen war dann nur der verzweifelte Versuch, der Flugsteuerung mit den verbliebenen vier Triebwerken die Rakete in der Geraden zu halten. Erst als nach und nach immer mehr Treibstoff verbraucht wurde und die Rakete immer leichter wurde, reichte der Schub von vier Triebwerken, um die Rakete in die Höhe zu tragen. Ziemlich cooler Fehlstart. Mittlerweile hat Astra ja erfolgreich einen Orbit erreicht und auch der nächste Start sollte eigentlich in den nächsten Tagen erfolgen. Wenn ich da was Neues höre, sage ich Bescheid. Meine Nummer 5 ist ein fehlgeschlagener Start, den ich bewusst nicht vom James-Web-Start thematisiert habe. Der Jungfernflug der Ariane 5 am 4. Juni 1996. Wie alle Ariane-Raketen erfolgte der Start von Kourou. Man war sich offensichtlich sehr sicher, was man da tat, denn die nagelneue Rakete sollte direkt bei ihrem Erstflug vier Cluster-Satelliten zur Erforschung des Erdmagnetfelds von der Isar starten. Aber es kam anders. Beeindruckend wie alle Raketenstarts mit der Extra-Portion Wumms durch Feststoffbooster startete die Ariane 5 in den Himmel. Alles verlief eigentlich nach Plan, bis nach nur 36 Sekunden nach dem Start die Rakete plötzlich sehr aggressiv vom Kurs abkam. Die Rakete begann dann aufgrund der hohen Querkräfte durch den nun seitlich angreifenden Fahrtwind auseinanderzubrechen. Fast zeitgleich explodierte dann der Stolz der europäischen Raumfahrt. Mit der Ariane 5 gingen die vier Forschungs-Satelliten der ESA im Wert von 450 Millionen D-Mark in Flammen auf. Inflationsbereinigt sind das heute 330 Millionen Euro. Und das Beste, die Nutzlast war nicht versichert. Auch wenn ich eigentlich schon alt genug war, kann ich mich an den Start selbst nicht bewusst erinnern. Warum ich den Start und vor allem den Fehler, der zu dem Fehlschlag führte, sehr verinnerlicht habe? Ja, das war mein erstes Jahr im TU-Studium. Da sagte der Informatik-Professor zu uns, Daran angeschlossen kam seine Best-of-Liste der teuersten Programmierfehler der Geschichte. Darunter eben auch der Erststart der Ariane 5. Denn was zum Absturz führte, war ein Copy-Paste-Fehler. So wurden große Teile des Ariane 5-Codes für die Flugsteuerung übernommen. Das ist erstmal nicht weiter verwerflich, aber unter dem kopierten Code waren auch Programmzeilen, die für die Ariane 5 gar nicht benötigt wurden. Ohne zu genau auf den Fehler einzugehen, beschleunigt eine Ariane 5 viel schneller als ihre Vorgängerin, die Ariane 4. Die daraus resultierenden Sensordaten führten zu einer Überforderung der Verarbeitung von Lageinformationen, die dann von der Flugsteuerung als eine Kursabweichung fehlinterpretiert wurde. Daraufhin schwenkte die Flugsteuerung sowohl das WCAN-Haupttriebwerk als auch die Schubvektorsteuerung der beiden Feststoffbooster hart zur Seite, um die vermeintliche Kursabweichung zu korrigieren. Diese Kursänderung führte dann letztlich zum Auseinanderbrechen und schließlich zur Notsprengung von der Rakete. Bevor wir gleich zur größten Raketenexplosion aller Zeiten kommen, fand ich einen Zeitschriftenkommentar nach dem Unglück ziemlich lustig. Die britische Zeitschrift Space Insurance Report kritisierte nachträglich, die nicht versicherte Nutzlast mit einer ungetesteten Dreherrakete zu starten. Das wäre doch ziemlich riskant. No Shit Sherlock wäre natürlich besser gewesen, wenn die Nutzlast versichert gewesen wäre. Hätte, hätte Fahrradkette. Aber das bringt uns zur heutigen Werbepartnerschaft. Ich habe es eingangs schon angekündigt, das Video heute wird von Clark gesponsert. Clark, das ist eine kostenlose App, mit der du all deine Versicherung über dein Handy verwalten kannst. Ich habe mich ja gerade erst mit meinem Kanal selbstständig gemacht und da gab es dann tausend Dinge, die mir wichtiger waren, als mich durch meine Versicherungsordner durchzuwühlen. Obwohl natürlich gerade als Selbstständiger der Versicherungsschutz extrem wichtig ist. Ja, mit Clark habe ich jetzt all meine Versicherungen zentral in einer App und mit meinem Handy immer griffbereit. Meine bestehenden Versicherungen hat Clark entweder mit wenigen Klicks automatisch übernommen oder durch das Abfotografieren der Versicherungsscheine in der Clark-App. Wenn du als Neukunde den Senkrechtstartercode RAKETE45 nutzt, kannst du für drei in der App eingetragene Versicherungen jeweils einen Amazon-Gutschein von 15 Euro erhalten. Maximal also 45 Euro Gutschein von Amazon. Ja, wenn deine Versicherungen eingetragen sind, analysiert Clark deinen Versicherungsschutz und sagt dir dann, wie gut deine bestehenden Versicherungen sind. Weiter gibt Clark dir Empfehlungen, wo du noch nachbessern solltest. Die Clark-App ist kostenlos und Clark vergleicht unabhängig 160 Versicherungsunternehmen nach den passenden Tarifen und Leistungen für dich. Das aber nicht aufdringlich und nur innerhalb der App. Alles geht, nichts muss. Ich hatte nie sonderlich Lust, mit einem Versicherungsmakler zu telefonieren. Jetzt habe ich meine Versicherung alle jederzeit griffbreit in der Hosentasche. Kann, wenn ich das möchte, einfach Anpassungen vornehmen, für mich abgesichert und kann mich weiter meinem Kanal widmen. Eine Explosion oder besser vier Explosionen sollten in der Liste von Raketenexplosionen nicht fehlen. Die sowjetische N1 Mondrakete. Sozusagen das Gegenstück zur amerikanischen Saturn V. Das massiv unterfinanzierte und durch den Tod von Sergej Korolev stark beeinträchtigt, fanden die ersten beiden Testflüge erst 1969 im Jahr der amerikanischen Mondlandung von Apollo 11 statt. Von den vier Starts der sowjetischen N1 nehme ich jetzt mal den zweiten heraus, da der sehr kurz nach dem Start noch auf der Startrampe stattfand und durch die so noch fast vollständig vorhandene Treibstoffmenge als eine der größten nicht-atomaren Explosionen aller Zeiten gilt. In Nachuntersuchungen wurde aber laut Russian Space Web festgestellt, dass 85% des Treibstoffs nicht detonierten, sondern lediglich abbrannten. So dürfte die tatsächliche Explosion also deutlich weniger als 1000 Tonnen TNT-Äquivalent entsprochen haben. Zum Vergleich, die absichtliche Sprengung der deutschen Insel Helgoland am 18. April 1947 war zum damaligen Zeitpunkt die größte absichtlich herbeigeführte nicht-atomare Explosion aller Zeiten. Was ihr hinter mir seht, ist ein Krater, und zwar der Krater einer Explosion. Und zwar 1947 haben die Engländer hier große Teile von Helgoland weggesprengt. Das heißt jetzt Mittelland, das war eigentlich mal genauso hoch wie der Felssockel hinter mir. Und entsprach etwa 3 Kilotonnen TNT-Äquivalent. Auch die Flüge 3 und 4 der N1 endeten übrigens in Explosionen. Und so wurde das N1-Programm 1974 unglorreich eingestellt. Kleine Randnotiz, obwohl sie zerstört werden sollten, überlebten die NK-33-Triebwerke, die aus dem N1-Programm hervorgegangen waren, den Kalten Krieg und fanden in der folgenden amerikanischen Rakete Einsatz. Auf der Nummer 3, die Explosion einer Antares-130 in Wallops, Virginia. Die Antares-Raketen werden die meisten als Startraketen für Cygnus-ISS-Frachter kennen. Auch bei diesem Start sollte ein Versorgungsfrachter zur ISS aufbrechen. Aber nur 15 Sekunden nach dem Start kam es zu einem Ausfall des Antriebs in der ersten Stufe. Die Rakete begann auf die Startrampe zurückzufallen und der Flugsicherheitsbeauftragte schaltete kurz vor dem Aufprall das Flugabbruchsystem ein, was die Rakete sprengte. Und hier zu dem Bezug zur sowjetischen N1-Mondrakete. Wie die hier gestarteten Antares-130 wurden die Antares-Raketen der 100er-Serie nämlich noch mit jeweils zwei AJ-26-Triebwerken von Aerojet Rocketdyne angetrieben. Die Umbenennung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das AJ-26 oder AJ-26 nur die amerikanische Kennung von original sowjetischen NK-33-Triebwerken war. Eben der Triebwerke, die noch von dem sowjetischen N1-Mondprogramm übrig geblieben waren und die in einer Lagerhalle den Kalten Krieg und ihre eigentlich angeordnete Zerstörung überlebten. Obwohl die gestuften NK-33-Triebwerke in den späten 60er Jahren entwickelt wurden, gehören sie mit zu dem Besten, was die Raketentriebwerksentwicklung hervorgebracht hat. Als die Amerikaner nach dem Fall des Eisernen Vorhangs feststellten, dass die sowjetische Triebwerkstechnik der amerikanischen weit überlegen war, kaufte Aerojet Rocketdyne 43 original NK-33-Triebwerke und brachte sie in die USA. Sowjetische Triebwerke? Ja, da gibt es ein sehr gutes Video vom Everyday Astronaut. Und tatsächlich wurden eben diese alten NK-33-Triebwerke aus den 60er und 70er Jahren dann an den Antares-Raketen eingesetzt. Bei aller Schwärmerei über sowjetische Raketentriebwerke muss hier aber gesagt werden, dass eines der beiden Triebwerke bei diesem Antares-Staat zu der Explosion führte. Der Defekt trat wohl in einer Sauerstoffpumpe eines der Triebwerke auf. Der Defekt führte zu einer kleinen Explosion, die dann umliegende Treibstoffleitungen beschädigte. Offensichtlich hat Aerojet Rocketdyne die AJ-26, also AJ-26-Triebwerke, nach diesem Fehlstart dann nicht mehr zum Laufen bekommen oder nicht mehr sicher zum Laufen bekommen. In den nachfolgenden Antares-Raketen wurden dann neue RD-181-Triebwerke eingesetzt, die direkt aus Russland bezogen wurden. Witzige Story und schon ein Armutszeugnis für die amerikanische Triebwerksentwicklung. Wenn wir schon am Hema ausschütten sind. Auch in Russland gibt es Sorgenkinder. Die Proton-Raketen, obwohl schon sehr lange im Einsatz und maßgeblich an dem Aufbau aller russischen Raumstationen und der ISS beteiligt, kommt nicht ansatzweise auf die Zuverlässigkeit der Soyuz-Raketen. Ein besonders schöner Fehlstart einer Proton ist meine Nummer 2. Der Start wurde mit viel Publikum vor Ort und live im Fernsehen übertragen. Die Rakete kam direkt nach dem Start vom Kurs ab und flog, als wäre das beabsichtigt, einen großen Raketenbogen. Noch in der Luft, keine 1000 Meter vom Startpunkt, begann die Rakete auseinanderzubrechen, um dann nur etwa 30 Sekunden nach dem Start in einem riesigen Feuerball krachend auf dem Boden aufzuschlagen. Du fragst dich jetzt sicher, warum die Rakete nicht vorher gesprengt wurde. Tatsächlich sind Mechanismen zum gezielten Sprengen von außer Kontrolle geratenen Raketen in Russland nicht vorgesehen. Wenn eine russische Trägerrakete die Kontrolle verliert, können entweder die Bodenkontrolleure einen manuellen Abschaltbefehl erteilen oder der Bordcomputer kann diesen automatisch ausführen. Sollte das geschehen, kann die Rakete, wie hier geschehen, einfach in einem Stück auf den Boden aufschlagen. Da sich die russischen Startplätze in abgelegenen Gebieten befinden, die weit von größeren Bevölkerungsansammlungen entfernt sind, wurde es nie als notwendig erachtet, ein Selbstzerstörungssystem unterzubringen. Noch spannender finde ich aber den Fehler, der diese Protonrakete zum Absturz brachte. Eine Untersuchung ergab, dass drei Beschleunigungssensoren der ersten Stufe verkehrt herum eingebaut worden waren, was zum Ausfall des Leitsystems der Rakete führte. Die Rakete dachte so schon beim Start, dass sie in die falsche Richtung fliegt und steuerte gegen. Und wenn du jetzt denkst, ja, das war dann aber ein Konstruktionsfehler, dass man diese Sensoren falsch herum einbauen konnte. Die Sensoren waren tatsächlich gegen Falscheinbau formgesichert. Der ungelernte Techniker muss die Sensoren mit Gewalt in die Verankerung geprügelt haben. Ja, man muss es eben nicht nur hier haben, sondern auch hier. Kommen wir zu meinem Favorit, weil optisch einfach extrem spektakulär. Der Start einer amerikanischen Delta-2-Rakete 1997 mit einem GPS-Satelliten an Bord. Nur 13 Sekunden nach dem Start explodierte die Delta-2 wie eine Feuerwerksrakete. Die Rakete war dabei keine 500 Meter über dem Startpad und große Mengen des brennenden Feststofftreibstoffs gingen auf den Startkomplex nieder. Festtreibstoffe bedeuten ja, dass der Treibstoff mit Oxidator schon so gemischt ist, dass er sofort bei der nötigen Aktivierungsenergie, die bei der Explosion einer Rakete ganz offensichtlich vorhanden ist, sehr heiß abbrennt. Aber nicht nur für die schöne Optik dieses Fehlstarts waren die Feststoffbooster verantwortlich. Einer der neuen GM-40-Seitenbooster riss seitlich auf und entzündete einen seiner benachbarten Seitenbooster. Der Ausfall der beiden Booster wurde durch die Steuerung der Rakete wahrgenommen, die daraufhin nur Millisekunden später das automatische Selbstzerstörungssystem der ersten Stufe aktivierte. Die zweite Stufe riss sich von der ersten Stufe los, um dann etwa 21 Sekunden nach dem Start durch den Range Officer manuell per Funksignal gesprengt zu werden. Ganz spannend, dass der initiale Schaden an einem der Kohlephase-Verbund-Booster-Gehäuse wohl durch ein neu eingeführtes Transportsystem beim Hersteller der Feststoffbooster verursacht wurde. Nach diesem Unfall wurde das Transportsystem überarbeitet und die Boostergehäuse werden jetzt vor jedem Start mit Ultraschall untersucht. Laut Scott Manley, der übrigens ein hervorragendes Video zu diesem Fehlstart gemacht hat, wurden auch über 70 Fahrzeuge von Trümmern getroffen, wobei 20 Autos auf einem Parkplatz komplett ausbrannten. Jetzt stellt euch mal die Schadensmeldung bei der Versicherung vor. Mein Auto wurde von brennenden Raketentrümmerteilen getroffen. Das war meine Top 10 an spektakulären Raketenfehlstarts. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen und dich vielleicht auch ein bisschen dafür sensibilisiert, wie gefährlich Raumfahrt allein durch die eingesetzte Menge an Treibstoff auch heute noch ist. Habe ich deine Lieblingsexplosionen in der Raumfahrt vergessen? Schreib mal noch gerne unter dem Video. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ganz großes Dankeschön geht an die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung bekommt ihr ja die Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Vielen, vielen Dank, ihr helft mit den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.